Ayo, wasser Freund, Eikasch, darf euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Aliens of Spirits, das hast du stehen geblieben, weiter geht's Das ist das, was ich auch stehen geblieben Mit dem Predator Und jo, mal gucken, wie weit wollt ihr kommen Ach du Scheiße, Digga Was ist das denn, Mann? Eine Sekunde So, würd's schon mal gucken, mein Mikrofon schlägt die ganze Zeit aus, ich weiß nicht warum, Digga Bisschen weird So, äh Digga, warum muss ich jetzt liegen? Hä? Ich muss da durch, aber wie? Muss ich da irgendwie anders ran? Warte mal Das hört sich nicht gut an Hier runter kann ich nicht Aber warte da, Digga Ich bin auch behindert, Digga So, was ist das? Was ist das hier? Okay, ich muss drei von denen aktivieren Jetzt verstehe ich's Warte, hier war einer Dann ist hier, glaube ich, irgendwo noch eins, oder? Das ist für Energie Wie? Habe ich hier irgendwas übersehen? Weiß ich grad gar nicht Ah, warte Warte, hier links Genau Das läuft schon hier Oh Mann, ich hab grad missgelassen, Alter Und, ich glaube hier Unten Ja Oh nein, schnell Und Und Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's So Liga, verpiss dich Verpiss dich, Digga Läcks viel So Sehr schön Nee, das wollte ich nicht Okay, jetzt muss ich hier somatisch springen, glaube ich Oh mein Gott Nein Nein Das ist so eine Geschichte Ach, Digga, was ist das denn, Mann? Ach, Digga, was ist das denn, Mann? Let's go Let's go Sehr schön Jetzt den Krams aktivieren Jetzt müsste sich das öffnen Perfekt Sehr schön Sehr schön Ja 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 Nein Ja 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 Was ist denn? Oh nein. Ach, Digga. Verdrückt, Jamaniac. So. Tschüss. Okay. Let's go. Nice. Willst du mal auf laut den Hasen? Digga, jedes Mal, immer wenn ich irgendwas machen will, kommt so ein Huren, so eine Wege. Was willst du denn? Mann, verpiss dich. Okay. One's on. So, Digga. Okay, der wohl da sie gar nicht gut aus. Mann, okay. So, äh... Da rein. Lass mich hier runter. Lass mich hier, lass mich hier. Lass mich hier, lass mich hier. Lass mich hier, lass mich hier. Die Tür ist dicht. Schau mal die Ruh glider, Prasino. Great. Jetzt weiß ich wie Kuster ist. Ja, du bist der mit dem großen Knopf. Hier ist es! Hier ist es! So, was wir hier nicht machen. Sorry. Nein! Scheiße. Sorry. Nichts persönlich. Gut. Lass mich auf Londonhausen. Komm, 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 schneller. Mann, schon wieder einer. Ey, verpiss dich doch. Nein. Ich habe hier gefangen. Ich will, jetzt kommt gleich. Ich bin erst mal. Ich bin erst mal. Nein. Sieg zum Kader. Sieg zum Kader. Sieg zum Kader. Alter, Scheiße, Digga. Das Nachladen. Oh nein. Blanket. Die Seite bedeutet ich. Brauche ich noch nicht? Wo muss ich hin? Was soll ich machen? Muss ich alle umbringen? Digga, wie ich die weg sprengen, Alter, wie geil. Wo noch, wo noch, wo noch. Ich habe mehrere Sachen. Nein. Nice. Oh, warte erst mal kurz heilen. So, da, mein Junge. Jetzt kurz mal den hier machen. Kurz mal aufladen, den Hasen. So. Hier sind noch welche. Hallo. 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 Ich muss die Dinger da öffnen. Jetzt habe ich ihn. Verstehe. Hier ist sowas. Hier ist sowas. Irgendwo unter mir. Hier ist doch eins. Ach, wer ist das Schicht? Du kannst doch mit dem Dings, siehst du mir sogar. Inzwischen, da vorne ist Heilung sogar. Da vorne, da runter. Da runter. So. Hier ist noch eine Schaltzentrale. So. Und weg hier. Warte mal, da unten ist doch hier noch ein Dings, ne? Komm. Laden wir mal auf. Da sind wir voll gewappnet. Sehr schön. Ich muss irgendwie da, glaube ich, hoch, ne? Ja. Hier ist noch was. Mhm. Wahrscheinlich unten oder so. Ah, hier. Oder? Ne. Hä? Nochmal runter? Jetzt. Okay. Ja gut, ich weiß aber nicht. Oh shit. Nice Maske auf jeden Fall. Ach du heilige Kacke. Jetzt kommt ein ganz mieser. Oh nein. Wie viele denn? Scheiße. Das war nicht gut. Nice. Wo ist dieser Moloch? Ja. Ja, Manni. Wo bist du? Molochowitsch Hä? Ich nix versteh'n, Brate Alter Oh, Scheiße Warte, ein bisschen Schaden hab ich schon gemacht Oh mein Gott Oh mein Gott Komm, er ist direkt down, nice, er ist down Er ist down, er ist down, er ist down, er ist down Er ist down, er ist down, er ist down Perfekt Haben wir den kurz geklatscht Zwiebelisch, meine Freunde Sehr zwiebelisch Okay Oh geil Der Kampfstab Auch ne legendäre Waffe Nice Weiter geht's Junge, nächste Mission Die Waffe Die Waffe Die Waffe Die Waffe Ich glaube, es sind die Androiden. Combo-Lanz. Okay, die braucht ein bisschen Prezi. So. Schade. Aber lass mich erst mal hören, ja. Wo ich hier irgendwo, irgendwie... So. Perfekt. Oh, Scheiße. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Ah, weil er macht das so langsam. Oh Gott. Gutsche aufladen, die Scheiße. So. Warte, hier oben ist Heilung, sehe ich. Oh Gott. Also ich kann die ganze Zeit aufladen. Ah, ist ja geil, was der Generator ist. Äh. Warte, da vorne ist Umheilung. Wo muss ich denn hin? Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Jetzt haben wir das kaputt gemacht. Entferne sie den Kopf des Sicherheitsbeamten. Entschuldigung. Alter, wie ekelhaft. Geil. Oh, so lieben wir's doch, oder nicht? Geile Scheiße. Geile Scheiße. Okay. Monorail System aktiviert. Oh nein. Uh. Das war okay. So. Ich sehne mich aber nicht. Also ihr habt mich gesehen. Aber sie haben nichts mitbekommen. Dann gehen wir einfach vorbei. Auf Ganzen gespannt. Brauch mich jetzt nicht mit denen anzulegen. So. Servus. Willkommen. Das fühlt sich fast wie eine Reunion. Wir haben deine Spezies für ein sehr lange Zeit studiert. Meine Prädecedoren und ich. Siehst du? Du bist Teil unserer Familie. Es gibt eine Geschichte. Es gibt ein Schmerz in dieser Pyramid von dir. Es gibt eine Schmerz. Schmerz wir müssen. Anfragen von deinen Spezies. Anfragen von diesen Kreaturen, die du willst. Ich weiß, wir werden sie alle im Moment einbauen. Aber es wäre so viel einfacher, wenn wir einen von dir ausführen. Wie wir uns anwählen. Das ist noch nicht. Ich möchte seine Organe funktionieren, wenn sie zu der Praxis. Was? Was ist das denn? Hier geht's. Ich fiss dich. Nichts viel. Ja mit dem Schädel. Dankeschön. So. So. Mach kaputt die Scheiße. Oh. Okay. So. Äh. Warte. Jetzt hier. Alert. Ja. Ich glaube da macht jemand irgendwas auf. Was habe ich gesagt? Halt. Halt dich. Nein. Zu sp... Digga braucht halt so lange Digga. Er braucht so lange Mann. Er braucht so lange. Wir sind drin, wir sind drin. Wir sind drin, wir sind drin. Gebt mir dieses Artefakt, Diamaniac. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Scheiße, Säure. So. Na, komm. Nice. Bisschen schwer zu zielen, aber passt schon Warte jetzt hier, genau Okay, jetzt sind wir sozusagen an der gleichen Stelle wie So ein bisschen wie Jetzt ziemlich verarschen ... Reduzd. Ich die Verzüge. Schönen So Warte, aktivieren Ah scheiße Schnell, 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 let's go Let's go, let's go, let's go, weiter Nächste Bissung Läuft, läuft, läuft Mmmh Das Ding ist, ne Also eigentlich verstehen wir die nicht Aber Unser Filter, glaube ich, den wir haben Ändert es, dass wir es verstehen Alte Oh 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 Ach Schön Ach, in der Säure baden, Alter Oh 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 Bist du bescheuert Ich dachte ich kann den Dings ziehen Warte, 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 warte Hane Oh shit yes let's go nice so let's go jetzt hat sich die Tür geöffnet die Frage ist, jetzt gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit wie ich ja gerade vorne jetzt mal heilen dann laden wir kurz unsere Energiezellen auf mittlerweile echt viel Energie, ne? die Frage ist jetzt, ich komme da vorne, oder? oder war es oben? ich weiß gar nicht mehr ah ne, die Tür hat sich geöffnet ich so okay Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Das war der Boss. Du dummer Hurensohn. Er hat geschubst. Unfair. Er hat geschubst. Er hat geschubst. Er hat geschubst. Wo ist die Manjaković? Hier was? Dummer Hund. Dummer Hund. Ja komm. Er hätte sich überspringen. Ich weiß, ich weiß, der macht ein bisschen Opelhäschen. Aber es bleibt ja der Stein. Komm, zieht euch. Let's go! Er ist ausgebrochen, Alter. Das hast du noch nie gesehen. Ich bin großartig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020